Die Welt der Bayern war wieder in Ordnung. Des Volkes Meinung ebenso schlicht wie klar, Bayern wird Meister. Um 17.12 Uhr forderte Heinkes Hilfe. Er bekam sie nicht, stattdessen Ernüchterung. Gleich nach dem Schock würden sie auf den Ringen Heinkes rausrufen. Das ist ganz normal, wenn man nicht gewinnt, wenn der Erfolgsdruck so groß ist. Und ich glaube, er ist nirgends größer wie in München, dass da schnell ein Trainer in die Schusslinie kommt. Ich meine, wir können es nicht umsetzen. Er, glaube ich, ist der Einzige, der sich von früh bis abends mit seinem Beruf beschäftigt, vermittelt uns seine Aufgaben und wir können es nicht umsetzen. Und wenn es nicht klappt, dann ist er derjenige, der den Kopf hinhalten muss. Jupp Heinkes sitzt hier im Stadion, dann kommen doch wieder Rufe, Heinkes raus, trifft sie das sehr? Das habe ich zwar nicht gehört, aber wissen Sie, vereinzelte Idioten gibt es überall und die gibt es natürlich hier auch. Wie recht er doch hat. Ein Sieg am Mittwoch in Belgrad und die Bayern werden wieder die Größten sein. Dazu allerdings bräuchten sie einen Start wie heute. Nach einer Minute war Reuter gegen Greiner durch, die Flanke traf Wohlfahrt und dann irgendwie Laudrup. Der zuletzt heftig kritisierte Däne schoss ein lange gefordertes Tor, sein achtes dieser Saison. Strunzlanger Pass auf Reuter hatte eine gewisse Kölner Schläfrigkeit offenbart. Reuters Flanke aus dem Lauf heraus. Ilgners gescheiterte Abwehr gegen Laudrup. Den Verdacht eines Fehlers des Nationaltorwärts kann auch die nächste Einstellung nicht entkräften. Der Rest der ersten Hälfte, vergessen Sie es. Laut Rubs Schnörkeleien endeten so. Thons Aktionen gegen Bewacher Hegel ähnlich. Olaf Thon hatte mit diesem Spiel herzlich wenig zu tun. Allein das Ergebnis zur Pause konnte den Bayern gefallen. Das sollte sich ändern. Trainer Rute Möller hatte jetzt Banach, den Joker, für Sturm gebracht. Flanke Rudi, Banach, Ordenewitz. Litbarski mit den Kräften längst am Ende zu Banach. Vorteil nach diesem Foul. Rudi, dann Greiner gegen den 18-jährigen Münch. Und dann gegen Effenberg. Banach. Es ging alles so schnell, dass Aumann kaum reagieren konnte. Maurice Banach in der Rückrunde nur noch zweite Wahl in Köln. Mit elf Treffern jetzt bester Toreschießer. Ich meine, okay, in der Hintenrunde habe ich oft von Anfang an gespielt auch. Die meisten Spiele von Anfang an. Und habe eine schlechte Startrückrunde gehabt, schlechte Vorbereitung. Und deshalb habe ich auch nicht gespielt. Und ich meine, jetzt wird langsam Zeit, dass ich mich von Anfang an bringe. Nach Strunz hatte Jupp Heynckes auch Schwabel eingewechselt. Auch so ein Glücksgriff. Es war ein Doppelpass mit Wohlfahrt, der Bayern vier Minuten vor Schluss wieder in Führung gingen ließ. Erst jetzt, in den letzten zehn Minuten, war es auch ein gutes Spiel geworden. Schwabels erstes Tor und so wichtig. Das war auch die Zeit, als die Welt der Bayern wieder in Ordnung war. Zweieinhalb Minuten noch. Litbarski, der sich selbst Durchhalteparolen vorsang, zu Ordenewitz. Grahammer, nur ein biederer Mitläufer. Falco Götz, noch so ein Joker, das 2 zu 2 Bayerns Ende. Und während die bajovarische Depression ihren Lauf nahm, dachte Erich Ruthemöller fast nur an den ersten Gegentreffer. Wir haben Tor kassiert, da wusste man noch gar nicht, wie viel Luft im Ball ist. Also, die Entscheidung um die deutsche Meisterschaft ist damit sicherlich noch nicht gefallen. Aber die Hoffnungen der Bayern sind natürlich weiter geschwunden. Stuttgart gegen Kaiserslautern. Ein Spiel, bei dem der Tabellenführer natürlich federn lassen konnte, aber nicht federn lassen musste. Interessant ist dabei folgendes, als vor Wochen die Bayern in Stuttgart waren, gab es einen sogenannten Top-Zuschlag. Jetzt kann man da verständnisvoll den Kopf schütteln. Man kann aber auch schlicht zur Tagesordnung übergehen. Das Interessante und Pikante dabei ist, man hat gesagt, wenn schon Top-Zuschlag im Einfall, dann wollen wir unsere Zuschauer nicht vergraulen. Und dann, Wochen später, wenn die Lauterer kommen, dann gibt es ermäßigte Preise. Man wusste natürlich nicht, dass dann, wenn Kaiserslautern kommt, Lautern auch noch Tabellenführer ist. Also jetzt die Begegnung Stuttgart gegen Kaiserslautern mit ermäßigten Preisen. Und Thomas Herrmann als unserem Reporter. Die Verantwortlichen beider Mannschaften waren pausenlos auf Achse. Es war auch wahrlich ein bewegendes, temperamentvolles, tolles Spiel. Matthias Sammer und Fritz Walter im Gespräch. Ich hab dich nicht gehört, sonst hätte ich dich nicht gestört, Matthias, bei diesem Eckball von Karl Allgöber. Walter mit dem Rücken zu Sammer sieht ihn nicht, behindert ihn. Nach 14 Minuten die erste dicke Chance. Die schlanken, kraftvollen Unterkörper von Bruno Labbadia und Uwe Schneider. Geringel, Gerangel, beide setzen vehement ihre Arme ein. Labbadias Becken in Gerd-Müller-Höhe. Der Mittelstürmer seit Wochen in Bestform bereitet hier das 1 zu 0 vor. Und so geschah es. Der weite Einwurf. Sammer köpft raus, Goldbeck wieder rein. Hoffmann trifft den Ball nicht richtig. Labbadia gewinnt den Zweikampf und Guido Hoffmann überwindet Heike Immel. Nach 27 Minuten die Führung der Gäste. Freistoß Allgöber, Sammer wieder mit dem Kopf, Gerald Ehrmann in Topform. Emotionen im Sekundentakt, Enttäuschung, Sammer jubelt auf der VfB-Bank. Der Ausgleich. Nach Eckball von Karl Allgöber über die gesamte Abwehr hinweg. Ein Aufsetzer Sammers an den Pfosten und den Abpraller erwischt Michael Fronzek am schnellsten 35. Minute. 60 Sekunden später. Wieder war es ein Eckball von Karl Allgöber und wieder waren die beiden anderen Akteure Matthias Sammer und Gerald Ehrmann. Acht Minuten später. Eckball Goldbeck. Der Ball im Netz. Alle glaubten Reinhard Stumpf, der Lange sei der Torschütze. Dabei war es ein Eigentor von Michael Fronzek. Stumpf wollte an den Ball. Fronzek erwischte ihn. Zweite Halbzeit. Der Ausgleich. Und wieder nach einem Einwurf. Walter Stadler zu Jürgen Hartmann. Das 2 zu 2. Der Rettungsversuch von Stadler direkt vor die Beine von Jürgen Hartmann. Kunst und Ehrmann und Richter lagen ihm zu Füßen. Beeindruckend das hohe Tempo von beiden Mannschaften. Sammer an Scherr vorbei und dann gab es Regelkunde vom Fußballlehrer Christoph Daum. Aber die Stadler. Die Stadler. Das war kein Erdrehter, aber die Stadler. Der VfB in der 2. Halbzeit überlegen. Kaiserslautern hielt mit, hatte aber viel Dusel. Fritz Walter an die Latte. In der Pause musste Karl-Heinz Feldkamp zweimal wechseln. Das brachte den Tabellenführer in Schwierigkeiten. Walter, Karl Allgöver und wieder Gerald Ehrmann. Hier noch am rechten Pfosten ein 7-Meter-Sprint. Durch die Beine von Richter eine klasse Reaktion. 45.000 im Neckarstadion waren begeistert. Ein offener Schlagabtausch. Auch die Pfälzer spielten nicht auf Unentschieden. Sammer unsanft zu Kunz rappelt sich dann wieder hoch. Und Guido Hoffmann klärt millimetergenau. Nochmals diese dicke Chance für den VfB. Sammers linker Arm an Kunz rechten. Dann die blitzschnelle Reaktion. Die Latte und das 2 zu 2 Endergebnis. Und wer sich nach diesem Unentschieden richtig wohl fühlte, ist unschwer zu erkennen. Daums großes Ziel, ein UEFA-Cut-Latz ist stark gefährdet. Herr Heinz Feldkamp, ich muss gestehen, ich warte seit Wochen auf den Einbruch Ihrer Mannschaft. Jetzt glaube ich eigentlich nicht mehr daran. Ja, da warten ja schon viele drauf. Aber ich finde, wir spielen doch sehr rhythmisch, sehr schön, fußballerisch gut. Und wir machen Tore. Wir machen nur dann in der entscheidenden Phase vielleicht immer so ein bisschen noch den Gegner wieder wach. Besonders in der ersten Halbzeit. Aber im Nachhinein haben wir auch sehr viel Glück gehabt. Denn wir hätten das Spiel heute leicht verlieren können. Stimmt das? Bruno? Ja, wenn man ehrlich ist, hätten wir das Spiel verlieren können. Ich muss dazu sagen, dass wir aber zweimal in Führung gelegen haben und durch individuelle Fehler die Tore hinnehmen mussten. Und ich sage mal so, wenn wir nach der Halbzeit das 2-1 länger gehalten hätten, hätten uns bestimmt dann Konterschancen aufgestanden. Und das ist halt dazu nicht gekommen. Und am Schluss haben wir Glück gehabt. Wir müssen zufrieden sein mit dem Punktgewinn. Und das war eigentlich so unser Muss. Gibt es denn eigentlich noch den Einbruch des FCK bis zum Saisonende? Oder gibt es denn nicht mehr? Sagen wir so, heute waren wir nah dran. Also die Mannschaft ist total ausgepumpt. Das muss man also wirklich sagen. Wir spielen ja mit Leuten auf Positionen, die sie noch nie gespielt haben. Von daher ist es sensationell, dass wir eigentlich so weit oben stehen. Und wir haben jetzt eine Woche Pause. Und durch das Länderspiel und was da alles ansteht, das hilft uns bestimmt. Gut, und wir haben acht Spiele und wir träumen natürlich davon. Sieben stehen noch aus. Heute war es 27. Spieltag. Ja, richtig, sieben, genau. Gut, ich habe das heute schon mitgerechnet. Der ganzen Sache schon wieder ein Stückchen näher. Bruno Labbadia, Sie werden meist kurz und prägnant beschrieben als einer, der wenig rennt und viel trifft. Sind Sie heute zu viel gerannt? Ja, also das muss total falsch sein. Also ich bin eigentlich so für die Mannschaft sehr wichtig, weil ich eigentlich immer anspielbar bin. In jeder Situation. Denn ich bin sehr ballsicher und helfe also auch in Situationen, wo ich dann vielleicht selber in die Bretouille komme. Und das zeichnet mich eigentlich aus und von daher trifft das nicht zu. Also Sie wollen sagen, Sie rennen doch viel, sonst würden Sie nicht immer in der richtigen Position stehen. Ja gut, es kommt immer darauf an. Wenn man das Selbstvertrauen hat, dann wartet man natürlich auch und lauert öfters mal. Das habe ich momentan. Und dann steht man im Fünfer und macht wie am Mittwoch das entscheidende Ding in der 83. Minute. Dazu gehört natürlich auch das Vertrauen vom Trainer. Gibt es das Intuition? Hat man Gerd Müller an derselben Stelle vor 20 Jahren gefragt? Na gut, Gerd Müller ist unerreichbar. Ist sicherlich ein Vorbild, muss einfach ein Vorbild sein, aber wie gesagt unerreichbar. Kennen Sie ihn überhaupt noch? Sie sind 25. Ja natürlich, also ich habe ihn 74 bewundert. Das war eigentlich so meine erste WM, die ich so richtig mitbekommen habe. Und na gut, aus Ausschnitten, über ihn gibt es Kassetten und die guckt man sich gerne mal an. Ja und warum will der FCK Sie jetzt verkaufen? Kein Mensch begreift das. Ja gut, dann müsste man normalerweise jetzt lang ausholen. Wollen Sie mal kurz aus. Versuchen Sie mal mit dem Kurzen aus. Ja gut, es fing eigentlich damit an, dass ich einen Virusinfekt hatte, vier Monate. Und das war direkt nach dem Pokalsieg. Das war natürlich sehr bitter. Gut, dann lief es eigentlich relativ schnell. Ich bin eingesprungen, habe nur drei Wochen Vorbereitung gehabt und habe dann sensationell eigentlich spielen können. Habe gleich ein 90-Minuten-Spiel gemacht, gleich ein Tor vorbereitet. Also es lief eigentlich optimal. Habe in meinem vierten Spiel zwei Tore gemacht. Und dann ging es ins Trainingslager und dann hieß es plötzlich, hör zu, Witticek kommt, Labbadia, du musst gehen. Ich habe gesagt, kein Problem. Das hat sich dann plötzlich geändert, weil sie gemerkt haben, Witticek ist schwer zu bekommen. Also haben sie gesagt, gut, Labbadia bleibt wieder. Na, da habe ich mir das natürlich auch überlegen müssen. Und das ging dann hin und her. Jetzt ist es so weit, dass es immer wieder heißt, ich hätte ein sehr gutes Angebot. Heute sind Zahlen veröffentlicht worden. Welche? Ja, Grundgehälter von so und so viel. Man sollte, also ich muss dazu sagen, normalerweise... Ja, wenn sie veröffentlicht worden sind, können sie auch ruhig sagen. Ich würde Grundgehälter von 280.000 Mark haben und auf 4.000 oder 500.000 Mark kommen. Also das ist totaler Humbug. Und das Ganze geht natürlich davon aus, dass das Publikum in Kaiserslautern momentan rast. Sie wollen mittlerweile Dauerkarten zurückgeben. Sie wollen einen Aktienfonds für mich gründen, damit ich bleiben kann. Nur die Tatsache ist mal so, dass der Verein schon 4 Millionen ausgegeben hat. Und eigentlich mal ehrlich sein müsste, gegenüber der Öffentlichkeit und zugeben müsste, dass sie mich einfach verkaufen müssen. Es geht halt nicht. Sie haben 4 Millionen ausgegeben und da muss ja was dagegen stehen. Und mittlerweile melden sich halt wirklich einige Vereine. Ich meine, das... Dortmund, Uerdingen? Das ist konkret. Und seit dieser Woche gibt es noch einen dritten, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das? Es gibt einen dritten und einen vierten, aber ich muss dazu sagen, mit denen habe ich noch nicht verhandelt. Und von daher, ich bin keiner, der spekuliert. Und lassen wir es erstmal bei den beiden. Sind die Kölner auch dabei? Nein, die sind nicht dabei. Na ja, man kann ja mal nachfragen. Gut, ich glaube, für mich persönlich war es halt so gewesen, dass ich, sagen wir mal, da einen Vertrauensbruch in der ganzen Sache sah. Denn, ich meine, wenn man vier Monate weg ist vom Fenster, man bekommt von der Versicherung schon ein Invaliditätsschreiben geschickt. Da geht natürlich viel durch den Kopf, ja. Wie, wie, wer veranlasst denn sowas? Ja, gut, es ist so, dass... So ein Antragsformular für Invalidität, oder? Ja, es ist so, es war ein bisschen unglücklich gelaufen, aber eine Versicherung muss, sagen wir mal, sowas schicken, wenn jemand länger krank ist, damit, wenn später mal Fälle sind, das nachzuprüfen ist. Das ist gut, aber der Verein hat das einfach weitergeleitet, ohne eigentlich das Denken zu haben, na, wenn ein Spieler das bekommt, das ist schon ziemlich hart, ne? Sie sehen doch nämlich gesund aus, oder? Ja gut, jetzt, mittlerweile, da kann ich froh sein, weil ich einen Heilpraktiker hier in Mainz gefunden habe, durch meine Frau, die hinter meinem Rücken angerufen hat, weil ich, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt nicht so viel Vertrauen dahin gehabt habe. Und der hat mich innerhalb von einem Monat wieder so auf die Beine gebracht, dass ich, wie gesagt, nach drei Wochen, das ist eigentlich sensationell, kann man sagen, ein 90-Minuten-Spiel gemacht habe. Und von daher bin ich glücklich, nur hat der Verein mir, sagen wir mal, in dem Moment nicht unbedingt geholfen. Da ruft ein Fritz Walter aus Italien an und sagt, wo ich hingehen soll, also das ist riesig von dem Mann, ja, aber ein Verein schafft es nicht, irgendwo einen Arzt für mich zu finden, oder, sagen wir mal, das ist nötig, was ich brauche, ja. Und das war schon traurig, und von daher, weil ich das alles so schnell geschafft habe, das Ganze, sehe ich das halt als Vertrauensbruch an. Und vor allen Dingen habe ich halt wirklich, jetzt wirklich gute Leistungen gebracht, aber nicht nur jetzt, sondern auch in der Vergangenheit. Ich war maßgeblich beteiligt an dem Pokalsieg, habe da zwei Tore gemacht und habe auch im Abstiegskampf bestimmt einige Tore, die sehr, sehr wichtig waren, gemacht. Und dann stellt sich, muss ich sagen, es ist schon ein bisschen lachhaft, aber ein Vizepräsidentin und sagt, du musst dich erst mal beweisen. Dann sitzt man daheim und überlegt wirklich, was das soll. Und von daher war der Entschluss eigentlich schon lange da, dass ich den Verein wechseln muss. Und, obwohl es für mich persönlich schon schlimm ist, denn die Zuschauer sind fantastisch und der Stadion ist so gut. Und Sie passen doch auch hier in die Landschaft. Sie kommen aus dieser Region, im Großen und Ganzen betrachtet. Das ist richtig. Und ich kann mir vorstellen, man fühlt sich ja doch irgendwie auf heimischer Scholle ein bisschen wohler als andernorts. Aber eines würde mich schon interessieren, jetzt haben Sie, ich glaube, acht Tore insgesamt in dieser Saison geschossen. Das klingt auf Anhieb an sich für einen Torjäger relativ wenig, aber man muss ja berücksichtigen, dass Sie bis Dezember praktisch überhaupt nicht gespielt haben. Dann haben Sie in der Vorrunde, also bis zur Winterpause, um es genau zu sagen, zwei Tore geschossen. Und dann haben Sie in acht Spielen, wenn ich es richtig im Kopf habe, sieben Spiele jetzt. Oder sieben Spielen haben Sie sechs Tore gemacht. Und das ist natürlich ein dicker Hammer gewesen. Seitdem gibt es die dicken Schlagzeilen. Jetzt gibt es natürlich die Kritiker, die sagen, der ist gar nicht so gut. Die Lauterer wissen schon, warum sie den gehen lassen. Der hat halt momentan seinen Lauf, wie die Fußballexperten so manchmal sagen. Und andere sagen, das ist so einer, jetzt erwähne ich den Namen nochmal, ob es ihm gefällt oder nicht. Der wie Gerd Müller einfach den Instinkt hat, zum entscheidenden Zeitpunkt richtig zu stehen. Erklären Sie uns, dem staunenden Publikum doch mal, wie es denn kommt, dass der Bruno Labbadia jetzt mit 25 Länzen auf einmal zur absoluten Topform seines Lebens aufläuft. Das würde ich nicht sagen. Jetzt schauen Sie sich mal die Zeit in Hamburg an. Ich bin aus der zweiten Liga aus Darmstadt gekommen, habe in der Saison sofort den Sprung geschafft, habe die meisten Tore in dem Jahr gemacht, elf Stück. Stimmt. Habe den Sprung in die U21 geschafft, habe da sechs Länderspiele gemacht und fünf Tore. Und warum gab es dann nochmal so einen Knick? Ja gut. Trainersachen? Ja, man sollte nicht immer alles auf den Trainer schieben. Sicherlich war das eine wichtige Rolle. In der Zeit sind viele Leute geflogen, es war totales Durcheinander. Aber das, was ich jetzt gelernt habe, ich habe zu dem Zeitpunkt zu früh aufgegeben. Mit 21 Jahren ist es sehr schwer. Mittlerweile, und da bin ich eigentlich so ziemlich stolz, dass ich das mit der Krankheit geschafft habe. Und vor allen Dingen halt auch ohne Rückendeckung in den letzten Monaten gearbeitet habe. Und das beweist mir, dass ich eigentlich doch ziemlich gereift bin, persönlich auch. Auf dem Feld, wie auch außerhalb. Und ich mir eigentlich auch nicht irgendwas vorschreiben lasse, sondern das so mache, wie ich es für richtig halte. Wenn es falsch ist, dann habe ich die Fehler selbst gemacht. Gut, wäre es denn nicht vielleicht richtig, dass ein Mann wie Sie, der ja mit 25 als Fußballprofi durchaus als jung noch zu bezeichnen ist, dass der sich nicht sagt, wisst ihr was, ihr Lauterer, da ist ein Einjahresvertrag, lasst uns nochmal über das Geld reden. Vielleicht bin ich in einem Jahr so gut, dass ich ohnehin absolut dominant bin bei den Vertragsverhandlungen. Oder ich lasse mir jetzt in meinen Vertrag Klausen hineinschreiben, sodass ich absolut freie Hand habe. Auf dem Markt kann ich mich umschauen, wo immer ich will, selbst bis nach Italien. Labbadia ist ein wunderschöner italienischer Name, Ihre Eltern sind Italiener. Also da können auch Kontakte entstehen. Warum stehen Sie jetzt unbedingt auf diesem Zwei-Jahres-Vertrag? Ja, mindestens. Soll ich noch dominanter werden auf dem Platz? Ich meine, ich mache momentan Tore, wir können Meister machen, was will der Verein mehr? Also mehr können wir nicht erreichen. Nein, ich meine das jetzt so, das Risiko des Einjahresvertrags. Das Risiko, das ist für mich kein Risiko, sondern es ist ganz einfach eine Vertrauenssache. Ich meine, vorgestern wurde einer verlängert, der wurde auch vier Jahre verlängert. Ich meine, es war richtig, Miroslav Katlec hätte ich sofort verlängert. Nur, das sind die Beispiele dagegen. Oder in Wittichek geht mir drei Jahre. Ich bin in einem Alter, wo man normalerweise sofort sagt, drei Jahre. Aber das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte einen ganz normalen Zwei-Jahres-Vertrag. Und da hätte der Verein mich vor drei Monaten ganz, ganz billig haben können. Momentan sieht es natürlich so aus, dass die Nachfragen da sind. Ich sage mal so, es sind auch ausländische Klubs, die mich beobachten oder die mich in den letzten paar Spielen beobachtet haben. Wobei ich dazu sagen muss... Das ist ja nicht schlecht. Jetzt haben wir schon Oerdingen, jetzt haben wir Dortmund, zwei weitere aus der Bundesliga. Ja, man muss doch mal aufzählen dürfen, oder? Zwei aus der Bundesliga sind vier. Ausländische Klubs sind mindestens zwei, um mal im Plural zu bleiben. Es sind sechs insgesamt. Sie telefonieren wahrscheinlich nur noch momentan. Ja, so ist es wirklich. Haben Sie einen Manager? Ja gut, ich habe einen Freund, der mich da unterstützt. Das ist der Jürgen Milewski. Der macht das schon seit ein paar Jahren für mich. Und da fahre ich eigentlich ganz gut. Und der kennt ja auch die Wege, die man zu gehen hat. Ja, es ist schon sehr wichtig, dass man so jemanden hat. Ja, Bruno Labbadia, wir sehen uns wieder in der nächsten Saison. Egal wie, als Torjäger, allemal. In welchem Trikot? Schwer zu sagen, aber sicherlich normalerweise in der Bundesliga, weil ich dazu sagen muss, das wollte ich eigentlich erwähnen, dass die Bundesliga für mich absolut attraktiv ist und für mich mit Italien zu vergleichen ist. Und von daher reizt mich das total und auch die neue Aufgabe. Ich möchte mich natürlich auch als Meister verabschieden in Kaiserslautern, denn als Pokalsieger und Meister zu verabschieden, ich glaube, dann kann ich immer wieder nach Kaiserslautern zurückkommen. Kampione, das ist Italienisch, oder? Richtig, ja. Sprechen Sie noch Italienisch? Ja, so ein bisschen. Ein bisschen. Aber der hessische Akzent ist nicht erkennbar, gell? Gut, herzlichen Dank Bruno Labbadia, wir sehen uns an der Torbahn nochmal ganz kurz. Danke. Ich hätte ja jetzt schon sagen können, weil ich selber Hesse bin, ob Sie ein sturer Hesse sind, können Sie aber gar nicht sein. Ihre Eltern sind Italiener, können Sie gar kein sturer Hesse sein? Ja, haben wir es aber schon angewöhnt. Okay, wir machen weiter mit der Begegnung Nürnberg gegen Mönchengladbach. Die Nürnberger letzten Spieltag 0 zu 0 in Bremen. Das war für die Nürnberger natürlich ein Erfolg. Natürlich mit einem Fußball, der alles andere als attraktiv war. Ari Hahn sagte deswegen, Versöhnung an unsere eigenen Zuschauer, diesmal werden wir auf Angriff spielen. Mal sehen, was bei rausgekommen ist. Hermann Oletz berichtet. Oh je, wenn nicht diese sogenannten Standardsituationen wären, um beide Mannschaften wäre es, zumindest heute, schlecht bestellt. Das 1 zu 0 für die Nürnberger durch Thomas Brunner. Dorfner gab die Ecke rein. Ein Zufallstreffer in einer Standardsituation. Ein Spiel zum Wegschauen. Viele Fouls. Fünfmal zückte Schiedsrichter Hans-Joachim Osmers die gelbe Karte. Wenn ausnahmsweise ein Spielzug im Ansatz stimmte, dann geriet der Abschluss regelmäßig daneben. Dies galt für beide Mannschaften. Eck- und Freistöße, die Höhepunkte in einer niveauarmen Begegnung kaum Torszenen. Die Kritik von Mönchengladbachs Trainer Gerd von Bruch traf auch auf die Nürnberger zu. Zum Spiel muss ich sagen, dass wir in der ersten Halbzeit wirklich eine indiskutable Leistung gebracht haben und zurecht auch im Rückstand waren. Eckball für Nürnberg nach dem Wechsel. Nur solche Situationen sorgten für Gefahr vor dem Tor. Hüben wie drüben. Eckstein und zweimal Uwe Kamps. Seltener musste schon ein dicker Fehler herhalten, wie hier von Marco Kurz, damit wenigstens etwas Spielfluss aufkam. Der Rest... Ari Hahn und Willi Entenmann. Mit Martin war Wagner gemeint. Der wollte sich kurz zuvor auswechseln lassen und gab dann die Flanke zum Nürnberger 2 zu 0. Kamps kann den Ball keine entscheidende Richtungsänderung geben, Eckstein schon. Ein herausgespieltes Tor. Standardsituation für Mönchengladbach. Der Freistoß. Kriens lässt sich durch Brunner nicht halten. Der Anschlusstreffer. Und dann ist es erneut Kriens, der unermüdlich rackerte. Ein sichtlich und hörbar enttäuschter Nürnberger Sportchef. Wir wissen ja, dass wenn der Bremen 20 Ecken schießt und kein Tor macht, ist es natürlich schon ärgerlich, dass man in 7 Minuten für Schluss zwei Eckbälle, zwei Tore kassiert. Und das ist doch dann im Vergleich mit Bremen ein bisschen unverständlich. Zum besseren Verständnis nochmal Kriens zweites Tor. Ein Kopfball mit viel Anlauf, fast unbehindert. Ähnliches hat er auch in der Abwehr geleistet. Sie waren vorne, Sie waren hinten. Ich hatte das Gefühl, am liebsten wären Sie auch noch ins Tor gegangen. Ach, also das hört zu meinem Spiel. Ich bin bei Standardsituationen immer hinten. Also das schon seit Jahren. Jetzt habe ich mit der Kapitänsbinde ein bisschen mehr Verantwortung. Also ich versuche mehr ins Spiel einzugreifen. Als Sturmspitze hat man nicht immer die Möglichkeit dazu. Und das klappt momentan sehr gut. Nach diesem Spiel 22 Kapitäne müsste es geben. Wir machen weiter mit der Begegnung Dortmund gegen Frankfurt. Und da wollte man natürlich in erster Linie auf zwei. Dem Offenbar auch das Glück Dortmund verließ, den der BVB gern zurückgeholt hätte. Für ihn der Empfang unfreundlich. Andreas Möller wurde beschimpft, bei fast jedem Ballkontakt ausgefiffen. Der Nationalspieler hatte vor 35.000 Zuschauern den schnellen Robert Nikolic gegen sich. Und spielte so zaghaft, dass Trainer Stepanovic drauf und dran war, ihn auszuwechseln. Doch was heißt das schon? Als Möller per Elfmeter den Schlusspunkt setzte, hatte Frankfurt 3 zu 0 gewonnen. Was stört ihn da die Südkurve? Erfolg zählt. Vorausgegangen war ein Foul des Dortmunder Amateurs Grauer Anturowski. Der Pfiff okay, grundsätzlich glaubt Horst Köppel inzwischen an böse Mächte. Also irgendwo ist fast ein Fluch im Moment über uns im Stadion. Fluch oder nicht, Köppel musste eine halbe Mannschaft ersetzen. Aufs Borussentor kamen drei Schüsse allesamt Treffer, die das 0 zu 1 durch Studer, der Golukovic ausgespielt hatte. Die Zeitlupe zeigt, Torwart De Behr berührt zwar den Ball, doch er hält ihn halt nicht. Helmers Verzweiflung Dortmunder Symbolik. Das 0 zu 2, Lasser hat den Ball, vorbei an Schulz, ganz einfach. Auch hier Symbolik, De Behr glücklos, es fehlte nur noch, dass er sich selbst verletzt hätte. Wir haben hier mit sehr viel Glück gewonnen, glaube ich. Die Dortmunder waren das ganze Spiel über Feld überlegen, haben eine Torschachs nach der anderen gehabt, haben sie nicht verwehrt. Ich glaube, das ist das Manko der letzten Wochen überhaupt bei der Borussia. Und wie gesagt, wenn man natürlich keine Tore macht, Horst Köppel hat es auch gesagt, kann man keine Spiele gewinnen. So ist es und so wird es wohl bleiben. Beispiel 1, Paulsen, Mill, Karl, ein Königreich für einen Torjäger. Beispiel 2, Breitzke, Mill, siehe oben. Was nützen da Anstand und Kampfgeist? Beispiel 3 zeigt gleich Helmer und natürlich tauchte später die Frage auf, ob der Trainer seinen Job womöglich sofort aufgibt. Köppels Antwort kam auch im Namen des Vorstands. Ich habe gestern die Entscheidung getroffen. Wir haben zwei Tage miteinander gesprochen, Präsidium und ich, und sind zu der Entscheidung gekommen, das so zu machen und so zu tun. Und wir haben auch schon darüber nachgedacht, dass es gegen Frankfurt vielleicht wieder eine Niederlage geben könnte. Aber wir haben gesagt, selbst wenn es dann eine Niederlage gibt, werde ich meine Entscheidung nicht ändern. Ich kann nicht gestern sagen, ich bleibe bis zum 30.06. noch eine Niederlage heute sagen, jetzt höre ich auf. Ich höre nicht auf, ich bleibe bis zum 30.06.